Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach meinem letzten Beitrag zur Sony A7R5 habe ich einige Hinweise von euch bekommen, dass ich doch bitte mal im Internet nachsehen soll, ob ich auch einen vergleichbaren Beitrag finde zu meiner Thematik, und zwar was den Autofokus angeht. Es gäbe wohl große Probleme bei der A7R5 mit dem Autofokus. Ich habe jetzt bei YouTube nachgesehen, ich habe auch gerade eben nochmal im Internet nachgeschaut, ich habe nichts dazu gefunden, es tut mir leid. Also schickt mir das gern bitte mal, wenn ihr den Beitrag vor euch liegen habt, gern mal als Link zu mir rüber. Natürlich gibt es Autofokusprobleme oder gab es die bei der A7R in der ersten Generation. Klar, das war auch jetzt nicht die Killer-Kamera, was Autofokus angeht. Ich hatte sie selbst ja auch damals und selbst mit Updates wurde das Ganze nicht besser. Die A7R5 ist aber eine ganz andere Liga. Aber es kommt natürlich auch darauf an, mit welchem Objektiv du das Ganze verwendest. Also was möchtest du damit machen, welches Objektiv wird daran verwendet, wird das Ganze vielleicht adaptiert, ist das Ganze ein G-Maß oder ein günstiges Objektiv. Und das möchte ich heute nochmal kurz besprechen, weil das macht schon den Unterschied im Autofokusverhalten auch bei einer A7R5 immer noch aus. Hier dran habe ich gerade eben das 50mm 1.8, ein sehr einfaches, günstiges Einsteigerobjektiv. 50mm, aber mit Blende 1.8 eine sehr gute Low-Light-Performance, ein tolles Bokeh. Ich mache dazu vielleicht mal noch ein eigenes Review. Also wenn ihr das wollt, schreibt es gerne mal hier in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, ihr wollt mal dazu ein Review sehen. Autofokusverhalten ist natürlich sehr eigen und auch sehr träge. Du hast hier einen sehr einfachen STM-Motor drin. Also wirklich die einfachste Bauweise. Aber es macht auch ein Foto. Du kannst das Ganze auch manuell fokussieren, denn gerade wenn du Landschaften fotografierst oder Portraits und machst keine Spot-Action, dann reicht dieses Objektiv auch für 50mm, denke ich, durchaus aus. Hier habe ich jetzt das G-Master 1224, ein Ultraweitwinkelobjektiv. Dazu habe ich auch schon ein Review hier gemacht. Und natürlich hat das ein ganz anderes Autofokusverhalten als das 50er, keine Frage. Zum einen kostet das viel, viel, viel mehr. Und zum anderen sind hier viel bessere Bauteile verbaut, die ein dementsprechendes Verhalten mit einem sehr schnellen Autofokus erzeugen. Und mitgebracht habe ich auch noch das 105er von Sigma, aber für den Canon-Mount in dem Fall adaptiert. Adaptiert mit einem sehr alten Adapter, der aber schon digitale Daten überträgt. Also Kameradaten, Blende, Verschlusszeit und so weiter. Und ich kann damit also alles steuern. Und ich kann damit, ja man glaubt es kaum, damit durchaus auch Autofokus-Tracking benutzen. Zumindest an der A7 IV ging das sehr gut, an der A7 R5 ging es auch sehr gut. Ich war bei der A7 IV ein bisschen verwundert, dass es wirklich echt so gut ging. Also ich habe das Objektiv dran gemacht und es ging perfekt. Ich konnte die Augen meines Hundes damit tracken und da war ich sehr erstaunt, dass das so gut geht. Es funktioniert und ich bin sehr glücklich darüber. Aber natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen adaptierten Objektiven oder den nativen Objektiven. Und hier ist das Ganze ein bisschen umgekehrt. Und so habe ich es zumindest in der Praxis erlebt. Das adaptierte Objektiv war durchaus noch ein bisschen schneller als das 50 mm hier in dem Fall. Aber es kommt wie gesagt darauf an, was du machen möchtest. Also stehst du am Bundesliga-Fußballrand, wirst du mit Sicherheit ein G-Master-Objektiv 400, 600, 800 mm verwenden müssen, weil du einfach die Performance abrufen musst. Und wenn du jetzt unterwegs bist und machst Kundenaufträge und es geht sehr schnell zur Sache, du brauchst einen sehr schnellen, einen sehr reaktiven Autofokus, dann wirst du auch eher ein Objektiv aus der G- oder G-Master-Reihe nehmen müssen, weil du dich dann einfach auf den Autofokus verlassen kannst. Und so eine A7R5 kann eben auch nicht zaubern und wird aus einem 50 mm mit einem sehr einfachen Fokusmotor integriert jetzt keine Superwaffe machen, sondern das Ganze wird eben so bleiben, weil es physikalisch, technisch limitiert ist. Das heißt aber nicht, dass die A7R5 eine schlechte Kamera ist und das Objektiv ein schlechtes Objektiv ist, sondern in der Kombination musst du einfach wissen, dass das eher ein langsames Objektiv ist mit einem sehr langsamen Autofokus und auch weniger zum Filmen geeignet ist, wenn du etwas hast, was sich bewegt und was getrackt werden muss. Das musst du wissen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die A7R5 hier irgendwie sonderlich viel Ausschuss erzeugt, was den Autofokus angeht. Im Gegenteil, wirklich im Gegenteil. Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass zum einen die A7 IV sehr nah an der A7R5 ist, was das Verhalten angeht im Autofokus, sondern ich habe sogar den Eindruck, dass die A7R5 eine Ticken schneller und besser im Autofokus verhalten, als die Canon R5 ist. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, insofern, als dass die R5 von Canon ja nun wirklich als der Klassenprimus bislang galt, was den Autofokus angeht und auch nichts irgendwie drüber kam. Und das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, weil es ja nun zwar sehr ähnlich kostet, aber jetzt nicht unbedingt in meiner Erwartung war, dass die Kamera mindestens drüber ist über der R5, was das Autofokusverhalten angeht. Und das ist sie. Aber also für meine Begriffe ist es ganz klar, mit die beste Kamera gerade am Markt, die man irgendwie noch bezahlen kann, wenn man nicht unbedingt eine A1 kaufen möchte oder muss, was das Systemkamerabereich angeht. Und im Autofokusverhalten ist das schon echt eine Granate. Also alle, die den besten Autofokus in einer Kamera gerade möchten, bis 4.000, 5.000 Euro, die A7 R5 ist auf jeden Fall dann die erste Wahl, das muss ich leider sagen. Und ich denke sogar noch vor der Canon R5, einfach, weil der Autofokus noch mal besser ist, weil er dieses Deep Learning drin hat, diese AI quasi, die man hier auch mit den zwei Prozessoren drin einverbauen konnte. Und natürlich auch nicht zuletzt auch wegen einem großen Objektivpark, den man bei Sony findet. Und der vor allen Dingen bezahlbar ist. Gut, jetzt habe ich es sehr weit ausgeholt, ein bisschen mit dem Sony-System. Aber mir war wichtig, noch mal zu zeigen, es kommt sehr darauf an, was du machen möchtest. Also man kann nicht sagen, okay, die Kamera ist schlecht oder die Objektive sind so, weil deshalb und deshalb, sondern man muss es sehr speziell sehen. Und das Autofokus-Problem, was ihr mir beschrieben habt, in einigen Benachrichtigungen kann ich selbst überhaupt nicht attestieren. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es gibt hier nichts zu meckern an dem Autofokus. Der ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich bin gespannt, welche Kamera das mal noch toppen wird, weil aktuell fällt mir dazu nichts ein. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. So, und jetzt geht die Frage an euch raus. Was sagt ihr? Seid ihr der Meinung, man braucht nicht unbedingt den besten Autofokus in der Kamera? Ihr fotografiert sowieso manuell? Oder ihr seid mit dem Niveau von der A7 III beispielsweise völlig zufrieden? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr sagt, hey, das hat mich sehr interessiert, das Video, und ich möchte gerne mehr dazu wissen, Daumen nach oben. Wenn ihr der Meinung seid, das ist totaler Quatsch, wir haben viel zu lange über dieses Thema Autofokus gesprochen, unnötiges Video, Daumen nach unten geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne ein Abonnement hier auf meinem Kanal dalassen, damit ihr mich weiterhin unterstützt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung aufgrund der ZDF für funk,